Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Gesprächsvideo auf diesem Kanal mit einem großartigen Gesprächsgast. Ich begrüße heute Abend Wolfgang M. Schmidt. Hallo Wolfgang. Hallo Thomas. Als kurze Vorstellung, dein prominentestes Ding dürfte dein YouTube-Kanal die Filmanalyse sein. Gleichzeitig machst du mit deinem Gesprächspartner Ole Nyman einen Wirtschaftspodcast namens Wohlstand für alle. Du bist in diverse Podcastprojekte und andere eingebunden, aber du hast jetzt auch ein Buch geschrieben, zusammen mit Ole Nyman. Das Buch heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Meine Bitte an dich, weil du es am besten kannst, kannst du mir und den Zuschauern kurz umreißen, worum es in diesem Buch geht, was die Absicht und der Inhalt ist. Es geht, wie der Titel sagt, um Influencer. Uns ging es jetzt darum zu sagen, das ist ein enormes Phänomen und wir müssen es eigentlich mal von vielen Seiten aus beleuchten. Warum sind Influencer gerade jetzt so erfolgreich? Was machen Influencer eigentlich so in ihren Storys, in ihren YouTube-Videos, in ihren Posts? Was macht sie besonders bzw. was macht sie besonders interessant für die Industrie, dass so viele für Mitinfluencern werben wollen? Und wir haben uns erst einmal gefragt, wo kommen Influencer überhaupt her? Und darum soll es ja glaube ich auch in unserem Gespräch gehen, nämlich eigentlich hat da das Kino schon etwas vorausgeahnt, könnte man sagen. Und dann schauen wir uns aber an, wo steht gerade der Kapitalismus? Welche Funktionen haben im Kapitalismus aktuell die Influencer? Und dann versuchen wir ein bisschen aufzuzeigen, was da schwierig dran ist an diesem Influencer-Phänomen. Also wie Körper- und Schönheitsnormen geprägt werden, wie sie zur Nachahmung eingeladen wird. Aber wir schauen uns auch an, wie die Influencer global agieren, auch als Touristen global agieren, in Dubai, in Singapur, wo auch sonst. Und dann geht es sicherlich in diesem Buch auch darum zu sagen, dass hier ein letztes Mal der amerikanische Traum aufzublitzen scheint. Denn dieses Versprechen, jeder kann es schaffen, wenn er sich nur anstrengt und sich eingerätlich bemüht. Dieser Traum, der ist in der Welt der Influencer wieder hoch aktuell und darin steckt aber nach wie vor die große Lüge, dass es nicht jeder schaffen kann, sondern nur ganz wenige. Die haben die reichweitenstarken Kanäle. Das sind die Influencer und die leben auch sehr davon, dass die anderen nicht erfolgreich werden. Im ersten Kapitel des Buches, du hast es gerade auch schon angedeutet, ziehst du die Ursprünge des Ganzen durchaus im Kino der 90er und Nuller Jahre. Zum Beispiel ist ein Thema im Buch die Einbettung von Waren in die Narration. Das heißt, man schaut einen Film, in den entsprechende Produkte dementsprechend eingebunden werden. Und meine Unterstellung bei so etwas ist da natürlich von Anfang an ein Produkt, das mir im Film, wenn auch in einem Kontext einer Handlung so präsentiert wird, da soll bei mir ein Kaufreiz entstehen. Das soll einen Werbehintergrund haben. Ist es machbar, dass ein Produkt eine rein dramaturgische Wirkung hat, ohne das gezielte Erwecken eines Kaufreizes? Ich möchte dir zwei Beispiele kurz anführen. Das eine ist der dritte Expendables-Film. Sylvester Stallone kommt am Flughafen an und steigt in sein Auto, wo ihn sein Kontaktmann erwartet. Der Gag ist, die Kamera fährt am Anfang dick am Kühlergrill vorbei, wo der Schriftzug Ford zu lesen ist und im Auto der Kontaktmann wird gespielt von Harrison Ford. Ein weiteres Beispiel wäre für mich, wenn ich mir jetzt einen alten Clint Eastwood Dirty Harry Film ansehe, der hat eine Magnum. Ich kenne mich nicht mit Waffen aus, ich erlebe aber oder habe es immer gesehen, dass eine Magnum eine wirklich gefährliche Waffe ist und die Figur Dirty Harry mit dieser Magnum quasi für den Zuschauer unterstrichen wird als ein ganz harter Kerl. Es weckt in mir aber nicht das Bedürfnis, mir jetzt ein solches Ding zuzulegen. Passt das, dass ein Produkt wirklich nur der Dramaturgie des Schatzes halber eingebaut wird? Nun ist es ja auch ein bisschen kompliziert, auf legalem Wege zu einer Magnum in Deutschland zu kommen. Da haben es US-Amerikaner ein wenig leichter und damit wäre ich schon sehr vorsichtig eben mit der Aussage, ob nicht ein solches Kaufverlangen geweckt wird, denn es besteht die Möglichkeit, dass man sich eine solche Magnum anschafft und natürlich ist das eine sehr berühmte Waffe, die ich nicht nur kenne, weil Dirty Harry sie nutzt, sondern man kennt diese Marke und da man diese Marke kennt, deutet schon viel darauf hin, dass offenbar die Werbung, vielleicht auch die Produktplatzierung erfolgreich war, wenngleich das nicht unbedingt bedeuten muss, dass man jetzt bei Dirty Harry mal Geld gezahlt hat, damit man in dem Film vorkommen kann. Bei dieser Ford-Szene würde ich sagen, naja, es ist ein Gag, es könnte sich tatsächlich da um eine Referenz auf Harrison Ford handeln. Andererseits werden ja Autos nicht einfach so ausgesucht, die in Filmen vorkommen. Wir haben das bei Mission Impossible gesehen, beim letzten Teil, dass dort diese große deutsche Automarke, die auch relativ gut durch die Krise gekommen ist, doch einiges in die Wege gesetzt hat und sehr viel Geld investiert hat, um so prominent in dem Film vorzukommen. Natürlich könnte Tom Cruise auch mit einem anderen vergleichsweise gutem Auto schnell wegkommen, aber man hat sich für diese Marke entschieden. Wir haben den Maybach bei Sex and the City Teil 2, der eine entscheidende Rolle spielt, der die Damen da zum Hotel bringt. Das sind Dinge, die im Hintergrund viel laufen. Wir wissen ja gar nicht, Produktplatzierung ist oft gar nicht so transparent. Ich würde sogar aber so weit gehen. Heute erscheint keine Marke mehr zufällig irgendwo, sondern da ist viel zu viel Geld im Hintergrund und da sind viel zu viel kalkulierter Erwägungen, dass man ganz klar sagen muss, da wird nicht zufällig so sein, sondern da hat man immer einen Sponsor dadurch gefunden und wenn es nur der Fahrservice ist, auch wenn die Marke dann nicht nochmal selbst sehr viel Geld da gegeben hat. Und natürlich weckt das ein gewisses Begehren, was aber nicht so unmittelbar ist. Also ich glaube, wir sind ja, also bei kleinen Kindern ist es so, dass die oft was im Fernsehen sehen und dann sofort sagen, das will ich haben. Und die geben dann auch nicht Ruhe, bis sie es bekommen. Sicherlich ist das bei uns ein bisschen schwieriger, aber Leute, die sagen, sie werden zum Beispiel nicht von der Werbung adressiert, nicht erreicht, da würde ich sagen, das stimmt nicht. Also man, natürlich ist das nicht so eine Handlung, dass man das sieht wie bei Pavlovs Hund und dann hat man schon Wasser im Mund und kauft das dann sofort. Aber es prägt doch sehr. Und wenn wir uns mal so umschauen, bis hin zu unseren Spülmitteln oder was wir alles verwenden, schon komisch. Wir haben da immer so Marken drauf, die uns doch sehr, sehr präsent sind durch Werbung. An einer Stelle des Buches wird James Bond erwähnt als eine Figur, die zum Nachahmen angelegt ist. Wenn ich mir fantasiere, James Bond zu sein, da ist es die Verantwortung, die Welt zu retten. Also es ist für mich einfach bis zu einem gewissen Punkt möglich durch käufliche, durch käuflichen Erwerb, durch Artikel an diese Figur ranzukommen. Gibt es so einen Punkt, wo das Käufliche endet und der Fantasiebereich beginnt? Ja, und davon leben auch eigentlich diese Produkte ganz stark, nämlich diese Fantasie, die damit verbunden ist. Wir gehen ja darauf ein, dass es bei Waren nicht nur darum geht, dass man einen Gebrauchswert hat, also was man jetzt direkt mit denen anfangen kann und dass es dann den Tauschwert gibt, also was man für sie bezahlen muss, sondern es gibt auch das Gebrauchswert Versprechen. Das heißt, die Ware verspricht etwas. Nun, was verspricht ein Anzug, den James Bond trägt. Das ist beispielsweise ein Tom Ford-Anzug, wurde in den letzten Filmen häufig getragen. Oder ein gewisses Parfum, das er sich aufsprüht. Oder den Champagner, den er trinkt. Das ist mal Dom Perignon. Jetzt trinkt er schon eine Weile Bollinger. Also was wird da versprochen? Das heißt, man kauft ja nicht diesen Bollinger, James Bond Champagner, weil man den Durst löschen will oder weil man überhaupt mal ein Champagner trinken will. Man hat nicht Sehnsucht nach dem Tom Ford-Anzug, einfach weil man sagt, ich brauche immer was zum Anziehen und ist ja auch noch kalt draußen, sondern man kauft die Fantasie mit, durch den Champagner, durch den Anzug, James Bond zu werden. Man stellt dann meistens, wenn man nicht ganz verblendet ist, fest, dass man es nicht ganz geschafft hat. Dass man noch immer nicht so lässig ist wie James Bond, noch immer nicht so erfolgreich ist, noch nicht in irgendein Lokal reintritt und gleich fragt jemand, wie man dann gerne den Martini haben möchte. All das wird nicht funktionieren, aber man kauft sich diese Illusion, dass es doch ein bisschen so sein könnte. Und das ist ja schon noch etwas, womit auch klassische Modekampagnen arbeiten. Also das wird in der Regel immer von Leuten getragen, die sind jünger als die normale Kundschaft und die sind auch, würde ich sagen, schöner und schlanker als die normale Kundschaft. Aber man kauft sich ein bisschen, wenn man dieses Kleid kauft, dann auch die Jugend, die Schönheit des Models oder man fantasiert das zumindest. Und was jetzt bei den Influencern aber sehr stark ist und deswegen haben wir hier so ein Proto-Influencer bei James Bond ist, dass man erstmal bei James Bond zwar eine fiktive Figur hat, aber da ist ein ganzer Lifestyle hängt da mit dran. Das ist ja nicht einfach ein gut gebauter Körper, der einen Anzug gut trägt, wo man sagt, oh ja, steht dem aber gut, könnte ich auch mal probieren, sondern man kauft eben diesen ganzen Lifestyle mit. Und bei den Influencern haben wir es auch bei Instagram und sonst wo damit zu tun, dass sie ihr Leben, ihre Art zu leben mitverkaufen. Und sie sagen eigentlich, du kannst so sein wie ich. Du musst nur da auf den Rabattcode klicken. Gib das ein und dann kannst du auch an meinem Leben teilhaben. Dann wird es dir auch so gut gehen wie mir. Dann wirst du auch so gut drauf sein. Und das ist ein Versprechen, das bei den Influencern natürlich viel stärker noch wirkt als bei einem James Bond, weil wir es da mit einer fiktiven Figur zu tun haben. Oder wenn wir dann Schauspieler, die Bond gemimt haben, wie Pierce Brosnan sehen, dann haben wir immer noch diesen Star, der eine gewisse Unerreichbarkeit hat. Sonst würde man nicht vom Star sprechen. Der ist ja nun mal fern. Bei dem Influencer haben wir genau den von nebenan. Und der sagt dir eigentlich, du kannst genau so sein. Und jetzt streng dich mal an. Und das erzeugt einen Druck. Denn dich betrübt das jetzt nicht übermäßig, würde ich mal unterstellen, wenn du irgendwas kaufst, was James Bond auch hat. Und dann merkst du, naja, ich bin jetzt nicht James Bond, aber das hast du auch vorher gewusst. Und es ist irgendwie aber ein ganz angenehmes Gefühl mit dem Produkt verbunden. Bei den Influencern ist es anders. Dadurch, dass sie die ganze Zeit sich so inszenieren, als könnten sie gerade bei dir nebenan wohnen oder als seien sie dein bester Freund. Da vergleicht man sich ganz anders unter Freunden, unter Bekannten, unter Nachbarn. Und dann denkt man, warum sehe ich nicht so aus? Warum bin ich nicht so perfekt in Anführungszeichen? Und deshalb haben wir da eine ganz, ganz schwierige Konstellation, die, glaube ich, nicht nur für junge Leute ein großes Problem darstellt, sondern wir erleben eigentlich auch, dass immer mehr erwachsene Leute Instagramer, Instagramern, YouTubern und so weiter folgen und tatsächlich von denen in einem Maße beeinflusst wird, dass man ja das kalte Krause bekommt. Denn man kann es in den Kommentaren nachvollziehen. Da sind die Sätze zu lesen. Ich wäre auch gerne so schön wie du. Wie schaffe ich das nur? Ich möchte auch jetzt was für meinen Körper tun, aber ich habe da wieder einen Rückfall. Und damit ist dann gemeint, dass man am Abend noch was gegessen hat. Also da sehen wir, was das eigentlich erzeugt. Und da, glaube ich, bewegen wir uns in eine sehr, sehr gefährliche Richtung. Während ich sagen würde, bei der klassischen Werbung oder auch bei der Produktplatzierung, da bei James Bond, haben wir natürlich noch diese, diese klare Grenze, die die Leinwand zieht. Ihr sagt im Buch, dass das Kino der 90er, Nullerjahre, da die Vorarbeit oder die Voraussage gesagt hat. Und eine besondere Referenzszene ist die Eröffnungsszene aus American Psycho, in der wir Patrick Bateman sehen, der dem Zuschauer seine Morgenroutine vorstellt, seine Pflegeserie, seine Produkte und was sie alles bewirken. Und das im Grunde so ein Vorwegnahme einer heutigen Insta-Story ist. Wo ist das wirklich eine gezielte Vorwegnahme? Und wo ist so etwas ein Zufallstreffer? Naja, wir müssen, glaube ich, da zwei Dinge unterscheiden. Das einmal ist diese Frage, hat ein Regisseur oder hat ein Drehbuchautor eine prophetische Kraft? Und bei der Regisseurin von American Psycho kann man jetzt sagen, naja, sie weiß es ja nicht. Also sie hat ja keine Glaskugel zu Hause und weiß nicht, dann und dann wird YouTube kommen, dann Instagram und dann haben wir das Influencer-Marketing 2010 beginnt es oder so. Das weiß sie natürlich nicht. Also sie ist genauso unwissend, was die Zukunft anbelangt, wie wir auch. Aber, und davon bin ich zutiefst überzeugt, ist, und das ist auch gar nicht esoterisch gemeint, es gibt Werke, die in der Lage sind, so sehr den Puls der Zeit ein wenig vorweg zu spüren, dass sie ihre Größe, ihre diagnostische Größe auch erst etwas später entfalten. Ja, Fight Club fanden schon alle gut damals, als das rauskommt, die meisten zumindest. Aber was der doch so alles aussagt über unsere Netzwelt, über die Maskulinisten, über Feminismus, über eine Gesellschaft, die mehr im Service-Sektor tätig ist, über die Kapitalisierung von allem und die Franchisesierung. Da würde ich sagen, ist dieser Film schon einer, den man immer wieder neu befragen muss, weil er zu uns heute spricht, als hätte er schon etwas vorausahnen können. Aber selbstverständlich bedeutet das nur, dass das für die Größe des Werks spricht, dass das Werk genau das kann. Und so haben wir das auch bei American Psycho. Wir haben bei American Psycho heute, und wir schauen immer mit Augen von heute oder sonst von Augen von morgen dann auf einen Film, wir haben es da mit einer Morning Routine zu tun. Nun ist die anders eingebettet. Es gibt eine andere Narration da, als das in der üblichen Insta-Story ist. Aber trotzdem, glaube ich, ist hier das Kino eines, das vielleicht zum letzten Mal die Möglichkeit hat, einen ganz, ganz großen Trend vorwegzunehmen. Nicht ihn einfach aufzugreifen. Natürlich hat dann jeder Film heute irgendwas mit Internet oder so zu tun und mit Social Media. Aber dass dieser Film, bevor es all diesen ganzen Unsinn gab, das schon so klar gefasst hat und damit auch die moderne oder sagen wir die Subjektivität 2.0, wie immer man das nennen möchte, das gefasst hat. Also, dass da kein wirkliches Ich mehr ist. Dass da jemand eine Maske abzieht, eine Gesichtsmaske und sagt, aber da ist kein Ich und du sollst dich auch gar nicht mit mir verwechseln. Während die Influencer natürlich die ganze Zeit sagen, bitte verwechsel dich mit mir, damit du das kaufst, was ich dir sage. Und der Film ist natürlich viel reflektierter, intelligenter und böser dadurch auch, als das jetzt bei den Influencern zu beobachten ist. Aber der Film zeigt uns eigentlich eine Richtung, in die es gegangen ist. Und das kann man jetzt sagen, ja, das ist ein Glücksfall. Aber ja, jedes große Kunstwerk ist ein Glücksfall für die Weltgeschichte, für die Menschheit. Und das ist das Großartige auch an solchen Filmen, dass sie über sich weit hinausweisen. Man muss es ja noch weiter zurücksehen. Das ist ja beruht auf einem Roman von Brad Easton Ellis, der noch einige Jahre älter ist. Und Brad Easton Ellis hat natürlich eine besondere Gabe, Zeitgeist zu beobachten, Dinge aufzugreifen und zu erkennen, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, dass das schon auch dafür spricht, dass man es mit großen Künstlern zu tun hat. Man muss schon sehr das Ganze beobachten können, sich davon distanzieren können, darüber reflektieren können, um dann in der Lage sein zu können, so etwas zu schaffen, was dann nicht nur für den Moment gilt, sondern auch noch weit darüber hinaus. Und dass, wenn man über Influencer jetzt nachdenkt, man ganz unwillkürlich einmal dahin kommt und sich auch andere Fragen noch stellt. Es gibt ja auch so einen berühmten Visitenkartenvergleich dort. Ist das nicht heute genau das, was wir erleben, wenn die Social-Media-Profile miteinander verglichen werden, wenn Reichweiten miteinander verglichen werden? Bei Instagram ist ja ganz wichtig, wer welchen Filter hat. Viele Influencer lassen sich ja eigene Filter dann kreieren. Das heißt, das ist alles darin schon angelegt. Und da beginnt eigentlich die tolle Übertragungsleistung, die man als Zuschauer erbringen kann. Ein Thema, was natürlich im Buch auch dann so entsprechend bearbeitet wird, ist Product Placement, wenn es eben in Filmen ist. Und ich will es jetzt nicht entdämonisieren, aber ich habe die Biografie von Uwe Boll gelesen. Ich auch. Der erzählt darin eine Geschichte, die ich sehr spannend fand. Und zwar, dass er, ich glaube, eine ZDF-Abendshow inszenieren sollte, dafür ein gewisses Budget bekommen hat. Und er hat die Produktionskosten immens senken können durch Product Placement. Jetzt gebe ich eine völlig neutrale Tasse in die Hand. Alternativ gebe ich eine Tasse mit einer Marke in die Hand. Für die Dramaturgie tut es rein gar nichts. Für mich als Finanzierer des Films gibt es mir die Möglichkeit, den Film vielleicht umzusetzen. Und ist damit Product Placement nicht ein bisschen zu legitimieren? Ganz gewiss. Und James Bond war von Anfang an so angelegt. Also es war von Anfang an klar, dass man ohne Product Placement diese aufwändigen Produktion nicht hinbekommt. Man hat das dann nochmal deutlich verstärkt. In den 90er und Nuller Jahren hat man nochmal mehr Product Placement gemacht als früher. Und sicherlich ist das aber nichts gegen Sex and the City, wo man eigentlich einen reinen Product Placement Film hatte und auch der Regisseur immer sagte, ja, es ist halt wie eine Modezeitschrift. Die besteht ja auch zum größten Teil aus Anzeigen. Und das ist auch legitim jetzt bei den Beispielen, die du genannt hast. Auch wenn wir jetzt immer mehr erleben, dass Dialoge doch sehr aufdringlich zu Werbedialogen degradiert werden. Also es ist ein bisschen so wie in der Truman Show, dass man dann so in die Ecke geschubst wird, über das und das reden muss, weil man eigentlich noch drei Müslis bewerben muss. Das ist schon was, was wir deutlich auch bei Streaming Sachen erleben oder auch die letzte Michael Bay Produktion. Die war ja so voller Werbung, dass man dachte, man müsste zur Entspannung jetzt mal Werbung gucken, um ein bisschen Inhalt zu haben. Das ist auch gar kein Kritikpunkt von uns, also dass so eine Finanzierung stattfinden kann. Was wir nur hier als Unterschied begreifen müssen ist, die Filme haben einen Inhalt. Die wollen etwas. Die wollen die Geschichte von James Bond weitererzählen. Sagen, naja, wir brauchen aber da zwei Flugzeuge, die zusammenkrachen und sonst was kostet alles viel Geld. Vielleicht können wir es von TUI sponsern lassen. Das ist das eine. Dann will man etwas gesponsert haben. Ich kann das mal ganz runterbrechen. Das ist wie der Jazz-Abend, der sich finanziell nicht ganz tragen kann und deswegen gibt die Sparkasse, die örtliche, was dazu. Auf diesem Niveau nur halt ein bisschen teurer funktioniert das. Bei den Influencern ist es nicht so. Bei den Influencern ist die Werbung, ist das Product Placement das Primäre, was sie präsentieren. Das heißt, die Influencer haben nicht einen Inhalt und hin und wieder machen sie mal Werbung, um diesen Inhalt zu finanzieren, sondern ihr Inhalt ist die Werbung und hin und wieder machen sie auch mal was ohne Werbung. Und dann nicht jeder Gang zum Kühlschrank wird mit einer Werbebotschaft versehen. Aber eigentlich ist Werbung ihr Inhalt. Und das ist das Verrückte eigentlich, was einem dann so klar wird. Wir haben das ja uns monatelang angesehen, diese ganzen Spielchen auf Instagram und TikTok und alles. Und man merkt plötzlich, ja, das ist auch gar nicht störend für die ganzen Follower, sondern die Follower schauen sich Werbung gern an. Das ist deren präferierter Inhalt. Wie toll, da wird wieder ein Produkt getestet. Wie toll, da packt jemand wieder aus, nachdem er eingekauft hat bei dm. Dann habt ihr im Buch noch den Film The Bling Ring erwähnt, der einen realen Fall aufgreift. Der Film ist mit Emma Watson. Und es geht um ein paar Jugendliche, die Prominenten in die Häuser eingebrochen sind und sich mit deren Materialien, deren Schmuck oder sonstiges abgelichtet haben. Und dieser Fall dieser Jugendbande ist dann 2013 entsprechend verfilmt worden. Was du in dem Buch dann schreibst oder ihr in dem Buch schreibt, dieser Film ist ein Nachmacher, kein Erzeuger. Hat also nicht diesen Trend ausgelöst, sondern zeigt ihn einfach nur auf. Und ich kam jetzt an den Punkt, wo ich mich frage, ob das nicht sowieso die Frage nach dem Huhn und dem Ei ist, ein ewiger Kreislauf. Ich möchte da einen Satz aus dem Film Scream 2 zitieren, wo einer sagt, Leben imitiert Kunst, die Leben imitiert. Es ist also irgendwie ein ständiger Kreislauf. Ja, dieser Kreislauf, den gibt es selbstverständlich. Und das ist auch mitunter nicht zu sagen, was hat jetzt was erzeugt. Man kann nur bei The Bling Ring von Sophia Coppola sehen, dass das eine ganz konkrete Reaktion auf etwas ist, nämlich auf einen Trend, dass diese jungen Leute sich die Social Media Profile angesehen haben und die Klatsch-Blogs angesehen haben. Perez Hilton war ja damals etwas sehr frequentiertes und TMZ, glaube ich auch, oder TMZ, ich weiß nicht mehr genau, wie die Seite hieß. Das wurde damals sehr frequentiert und dort waren dann Lindsay Lohan und Perez Hilton und all diese It-Girls, die auch schon fast nicht mehr berühmt waren für das, was sie da eigentlich mal machten. Also bei Perez Hilton war das ja ein reines It-Girl-Dasein, Lindsay Lohan war eigentlich ja Schauspielerin, hat man auch keine schlechte im Übrigen. Aber das haben die also da beobachtet, wie diese Stars ihr Startum so kreieren, einfach dadurch, dass sie auf dem roten Teppich erscheinen, wieder irgendetwas angestellt haben, worüber die Presse berichtet und dann auch so einen gewissen Lifestyle pflegen, der ganz stark mit Haute Couture verknüpft ist. Sie beobachten das, schauen dann in den sozialen Medien auch, wo behalten sich die Stars gerade auf, wo posten sie ihre Fotos, dann wissen sie gut, die sind der Disco, also sind die Villen frei, dann fahren sie dorthin, brechen dort ein und ziehen sich dann die Klamotten an, manches nehmen sie auch mit und inszenieren sich dann selbst als Stars im Internet. Das war die Geschichte, also wo man eine direkte Nachahmung sieht. Das sind also Hardcore-Fans, die sagen, ich will wirklich wie der Star sein und das bedeutet am Ende auch, ich will mich in ihn verwandeln, also ziehe ich die Kleidung an des Stars. Und Sophia Coppola geht dann hin und nimmt diese Geschichte, die die sozialen Medien produziert haben und macht daraus wiederum einen Film. Was wir sagen, wenn das Kino hier nicht mehr das Begehren erzeugt, sondern reagiert auf etwas, dann meinen wir da, dass wir erst diesen Film haben, weil sich das in den sozialen Medien vollzogen hat, während wir es bei American Psycho nicht damit zu tun haben. Das ist nicht die Reaktion auf ein Ereignis im Internet, sondern das ist eher die Vorwegnahme. Und die Frage ist eigentlich, inwieweit das Kino noch oder der Film noch als eine Kunstform gilt, die tatsächlich Trends auslöst, die dann zum Beispiel durchsickern in die sozialen Medien, in die Meme-Kultur. Das haben wir ja gerade bei American Psycho. Überall gibt es diese Bateman-Memes. Und die Frage ist, ob das Kino das heute noch im gleichen Maße schaffen kann oder ob das Kino eher jetzt reagiert auf das, was im Netz geschieht. Und das erleben wir ein bisschen auch daran, dass das Kino jetzt sagt, oh, wir brauchen auch mal Influencer, die in unserem Film mitspielen oder Influencer als Synchronsprecher. Das ist immer die die wahre Hölle in meinen Augen. Also sie auf der Leinwand zu sehen ist schon schlimm, aber sie auch noch sprechen zu hören. Und Synchronsprechen ist nun gar nicht einfach. Wenn die das dann auch machen, nur weil sie irgendwie einen berühmten Namen haben, es ist die Hölle und sie sprechen ja auch so furchtbar wie in diesen Videos. Also da merkt man, wie das Kino darauf reagiert. Oder wir hatten diese komischen Filme Kartoffelsalat und so weiter, wo man was mit YouTubern gemacht hat, die einfach nur ihren blöden Mist dann auch noch auf der großen Leinwand gemacht haben. Wir sehen es aber auch sicherlich daran, dass das Kino an Relevanz verloren hat, was jetzt einfach so die Entwicklung von Trends anbelangt. Also das Kino ist nicht der Ort, von dem etwas Virales ausgeht, sondern man hat immer mehr den Eindruck, das Kino reagiert auf etwas, was wir im Netz schon haben. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube jetzt nicht, dass generell die Kraft des Kinos verloren gegangen ist. Aber wir sehen schon, dass am Puls der Zeit das Kino häufig nicht mehr ist, sondern es reagiert auf etwas und es versucht mitzuhalten mit der Zeit. Vielleicht muss es sich auch ganz davon abwenden und wieder was Neues machen oder muss zumindest neue Wege finden. Ich glaube nur diese komische Anbiederung ist nicht der richtige Weg. Und insofern ist da noch vieles offen, aber ich würde sagen, die dominante Kultur findet eher jetzt in den sozialen Medien statt, bei Instagram und dann natürlich auch in der Gaming-Szene, weil die Gaming-Industrie inzwischen mehr Geld einspielt als die Filmindustrie. Dann hätte ich jetzt noch eine Frage, die jetzt so vom Filmthema leicht weggeht, sondern quasi ein kleines Making-of zu dem Buch darstellt. Und zwar, ich kenne deinen Kanal, habe viele Videos von dir geschaut und auch die Dokumentation, die es über dich gibt. Und ich sage dir folgendes nach. Du gehst mit manchen Filmen hart ins Gericht. Du findest sehr spezifische Ansichten, die auch nicht unbedingt die besten sind oder Aussagen in diversen Filmen. Aber irgendwo in dir steckt jemand, der am Anschauen auch eines Marvel-Blockbusters immer noch eine gewisse Freude und einen Spaß daran empfindet. Es war auch in der Doku eine Freundin, die über dich sagte, es macht einen Heidenspaß, mit dir einen schlechten Film zu gucken. Und jetzt weiß ich, weil ihr das auch erwähnt habt, dass ihr euch bei der Arbeit an diesem Buch drei Stunden am Tag diese Influencer-Materialien einverleibt habt. Und die Frage ist, gab es auch oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo es, und wenn es nur auf dem kleinsten Level ist, da ein gewisses Vergnügen sich reingeschlichen hat? Oder war das wirklich so, ich sage subjektiv, so grausam, wie ich mir das vorstelle? Oh ja, das gab es. Es ist immer von der Tagesform abhängig. Wenn man eh an einem Tag schon ein bisschen melancholisch ist und denkt, naja, es nimmt doch einige ungute Entwicklungen hier so. Und wenn man dann noch sieht, was bei den Influencern passiert, dann sagt man, ja, es ist aber auch alles zu spät. Das, das, es hat alles keinen Zweck mehr, ja. Aber nein, wir haben uns das angesehen und waren natürlich erstaunt darüber, was da zu sehen ist. Und man muss über vieles einfach lachen. Also das ist ja ganz klar. Also man, das ist auch vielleicht die einzige Möglichkeit, mit einigen Dingen umzugehen. Aber wenn mir irgendwelche Millionäre erzählen, dass es jeder schaffen kann und dass man doch jetzt mal in Immobilien investieren muss, dann kann ich zum einen traurig darüber sein, dass da Leute tatsächlich darunter sind, die deutlich unter dem Durchschnittslohn liegen und sagen, ja, ja, jeder kann es schaffen. Also da sehe ich zum einen die Ideologie. Zum anderen muss ich auch sagen, ja, wie dumm kann ein Mensch sein, dass er das glauben kann. Ja, also das sind, also man ist oft verwundert. Oder ich meine, wir haben so Fitness-Influencer verfolgt, die tatsächlich ihr Seelenheil darin finden, dass sie den Muskel immer größer aufpumpen und dass sie immer mehr von diesen Shakes in sich reinkippen und so. Naja, ich meine, das ist schon sehr interessant. Die haben auch eine sehr kreative Weise, mit Sprache umzugehen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, gerade wenn sie auch dann noch geschrieben werden muss. Das sind schon Dinge, über die wir viel gelacht haben oder auch, ja, Influencer, die so zugebotox war, dass sich wirklich nichts mehr bewegte und sie aber dann sagten, dass ihnen Natürlichkeit so wichtig ist. Und das sind dann heitere Momente, die man dort hat. Und naja, es ist aber kein, also ich muss sagen, dass das Vergnügen, einen schlechten Film zu sehen, doch noch wesentlich größer ist, als sich auf TikTok oder Instagram herumzutreiben. Warum? Weil ich doch sagen würde, und Ode schließt sich da sicherlich gern an, selbst die schlechtere, die, ja, ein bisschen seichte Unterhaltungskultur ist noch wesentlich anspruchsvoller, wesentlich besser gemacht, wesentlich raffinierter als fast alles, was man an Influencer-Content sehen kann. Also das ist, es ist zum Teil so unterirdisch doof, dass man natürlich nicht sehr optimistisch in die Zukunft blicken kann. Aber es ging uns selbstverständlich nicht einfach nur darum, auf 200 Seiten zu schreiben, die Influencer sind doof. Da kann ja auch fast jeder, der Vernunft begabt ist, sagen, wusste ich schon. Uns ging es ja auch darum, zu sagen, was hat denn das eigentlich zu tun mit unserer Gesellschaft? Was hat denn das eigentlich zu tun mit unserer Art des Wirtschaftens, wo wir immer ganz viel konsumieren müssen und am besten die Teile schnell kaputt gehen, damit wir wieder neue kaufen können? Welche Funktion erfüllen da die Influencer? Und was sagt das eigentlich über unsere globale Welt aus? Wenn in allen Ländern, wir gehen da immer wieder drauf ein, in allen Ländern es Influencer gibt. Es gibt kein Land ohne Influencer und Deutschland ist noch nicht das größte Influencer-Land. Man muss nur mal nach Südkorea oder nach China blicken. Und wenn man sich diese ganzen Entwicklungen ansieht, dann ja, möchte man doch wenigstens eine gewisse Qualität wieder einfordern und einen gewissen Anspruch, den auch gute Unterhaltung bieten kann. Es ist ja nicht ein Buch, das sagt, verlasst Instagram, lest lieber Goethe. Das ist sehr erfreulich, wenn das so ist. Aber es ist ja auch einfach deutlich zu machen, ja, die 90er-Jahre-Komödie war einfach auch auf einem anderen höheren Niveau als das, was man in irgendwelchen YouTube-Videos sehen kann, wo man dann irgendwelche dämlichen Challenges macht und Reaction-Videos und sonst was. Das ist einfach doof. Dann kommen wir jetzt zu der wundervollen Situation, dass ich als Leser des Buches dir als Teil des Schreiber-Teams ein direktes Feedback geben kann. Und zwar, ich habe vor ein paar Jahren Maranga Yogeshwar in einer Talkshow gesehen. Der folgenden Satz sagte, jetzt vielleicht nicht im Wortlaut, aber sinngemäß. Ich möchte soziale Medien erlernen und verstehen. Nicht, um sie selber zu benutzen, aber um sie meinen Kindern entsprechend beibringen zu können. Das ist auch meine Motivation gewesen, das Buch zu lesen. Und es dauert noch was, bis das für mein Kind wirklich relevant wird. Aber unter diesem Fazit kann ich sagen, ist der Blick in dieses Buch definitiv sehr interessant, wenn jemand jetzt bei den Zuschauern in einer ähnlichen Situation ist oder sich mit dem Phänomen beschäftigen möchte. Damit ist mein Fragenkatalog jetzt auch abgearbeitet und ich befinde mich in dem harmlosen Spiespalt, dass ich jetzt meinen üblichen Abschlusstext runterrattern würde, der sagen würde, schreibt es in die Kommentare, was aber auch gleichzeitig ein Titel, ein Kapitel in eurem Buch ist. Und ich glaube, so sehr sollte man das nicht mehr. Du musst, es kommt, denke ich, auch auf die Tonlage an. Also die Influencer-Tonlage ist ja, schreibt es in die Kommis. Und so muss man es ja nicht sagen. Okay, dann lade ich euch ein, liebe Zuschauer, was ihr zu diesem Gespräch denkt, es gerne mitzuteilen in den Kommentaren unter diesem Video. Eigene Ansichten, Überlegungen, habt ihr das Buch gelesen oder was auch immer ihr loswerden möchtet, schreibt es gerne rein. Ich schicke ein ganz herzliches Dankeschön an Wolfgang für die Zeit, die du dir genommen hast und für dieses interessante Gespräch. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute Abend und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, euch noch alles Gute und bis zum nächsten Video und macht's gut. Bis dann. Tschau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.